In meinen Träumen bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da, dank dir bin ich... Voll langsam, ne? Macht es Spaß, Lena? Nee, ne? Wie? Wie? Hallo, ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Blog von mir. Ich habe mich lange nicht gemeldet, weil wir einfach gestresst waren in der letzten Zeit. Moment. Also wir hatten ein paar andere Sachen zu erklären. Und ja, heute waren wir in Wuppertal, da hatten wir einen Termin. Jetzt sind wir zu Hause, da ist ein bisschen eine Freude schlafen. Und genau, Lena spielt. Ich wollte jetzt die Küche aufräumen. Ja, ich dachte mir, ich nehme euch jetzt wieder mal mit. Es gab ja lange kein Video von uns, oder? Ich glaube, ich habe echt drei, vier Tage Pause gemacht. Aber sehr schlimm, oder? Dafür gab es ja letzte Woche genug Videos. Genau. Ja, Lena ist auf jeden Fall am Spielen. Und hier sieht es aus wie saug. Ich schreibe jetzt erst mal die Küche auf. Weil wir wollten gleich mit Alder und Lena rausgehen. Und da würde ich sagen, melde ich mich gleich wieder bei euch. So, bei uns gibt es jetzt eh... ...Wassermann mit Mozzarella. Also die Wassermannung ist schon leer. Also Lena hat alles aufgegessen. Und jetzt Mozzarella. Lecker, lecker. Hi ihr Lieben, es geht weiter mit dem Vlog. Ich freu mich gerade Milas Spielsachen hier auf. Sie macht ihren Mittagsschlaf. Ich wollte den Boden wischen, ehrlich gesagt. Weil morgen habe ich keine Zeit. Morgen kommt meine Mama. Da muss ich ganz früh dahin und kochen, einkaufen und alles Mögliche. Ja, morgen haben wir auf Samstag. Und ich will nicht, dass sie dann noch einkaufen geht oder kocht. Am Sonntag kam mir eh überall zu. Genau. Ich muss auch gleich kochen. Ich brauche aber Schlagsahne. Ich muss gleich auf jeden Fall mal kurz mit Lena raus. Oh, der ist übrigens dann im Gespräch. Der hat einen Termin um 15.30 Uhr. Der ist dort. Ja, ich räume jetzt so lange auf. Und dann... Übrigens hat Lena diesen Koffer bekommen, als wir in Wuppertal waren. So einen Doktor Koffer, den man auch schieben kann. Lena spielt jetzt keine Zeit damit. Und ja, das ist glaube ich ihr zweiter oder dritter Koffer. Ich weiß gar nicht. Und ich hoffe mal, dieses Mal verliert sie nicht ihre Sachen. Aber ich denke nicht, weil wir sind ein bisschen älter. Wir waren uns auch nicht sicher, ob wir den kaufen sollen. Aber der ist echt praktisch. Und wir spielen die ganze Zeit Arzt. Der Arzt wollte den eigentlich nicht kaufen. Ich auch nicht. Aber der hat dann nachgegeben. Der meinte, komm, wir kaufen das. Ja, Hauptsache sie spielt damit und ist glücklich. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts Neues. Ich muss wie gesagt aufräumen und dann den Boden wischen. Dann mache ich mich kurz fertig. Also ziehe mir das andere an. Ich nehme mir ein bisschen Jogginghose an. Und dann gehe ich kurz mit den Sachen kaufen. Ich glaube, wenn ich so sitze, sehe ich voll fit aus. Ja genau, dann gehen wir Sachen kaufen. Und ich bin mal gespannt, was bei euch auskommt. Dann melde ich mich schön gleich. Ja, und ich melde mich auch gleich bei euch. So ihr Lieben, ich habe jetzt gerade den Boden gewischt. Lena ist gerade aufgewacht. Wir gehen jetzt einkaufen kurz und danach kochen wir. Na, helfst du Mama? Ja, die Speicherkarte spinnt ein bisschen. Ich muss die Tage eine neue Speicherkarte kaufen. Ja, wir gehen jetzt auch, ne? Also bis gleich. So, wir sind wieder zurück. Und ich hatte keinen Bock, mich zu schminken, ehrlich gesagt. Ich habe gar keinen Bock mehr in letzter Zeit. Also ich habe einmal Arizona gekauft. Ich trinke nichts Süßes mehr. Nee, für mich habe ich das gekauft. Das ist wohl ohne Zucker. Dann für Lina zweimal Fruchtzwerge-Quetschi. Zweimal Schlagsahne. So, dann einmal Ofentortelini a la Panna. Ich weiß, diese Woche schon zweimal. Shame on me. Und, naja, danach Kartoffelgratin. Aber die lieben wir wirklich sehr, 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 sehr. Dann für Mami. Also für mich. Ich weiß, da darf man nicht viel essen. Bla, bla, bla. Aber ich esse nur zwei, drei Stück. Ich hatte einen Riff drauf. Dann kaufe ich das auch. Rittersport war im Angebot. Ich mag da diese Weiss Crisps ganz gerne. Dann für Audet habe ich auch noch das hier geholt. Dann mag ich ein saures total. Was denn? Mama, ja, wir kochen jetzt zusammen. Du kannst dich vielleicht da draufsetzen, ja? Also ich mache Ofentortelini. Ja, aber. Na ja, auf jeden Fall Mozzarella. Dann Mocha. Sie waren ja bei diesem Angebot. Und hier. Dann Rötschirn. Lina hat sich Erdbeeren ausgesucht. Erdbeeren. Paparkäse. Und zweimal Putenschinken. Da kommt wohl Schinken rein. Ich habe noch nie Putenschinken gegessen. Ich hoffe, das schmeckt. Ja, mal schauen, ne? Ja, ich komme jetzt auf jeden Fall. Und danach ist Audet hoffentlich gleich da. Dann können wir zusammen essen. Aber der müsste jetzt gleich da sein. Der ist nämlich auf dem Weg. Lina? Bei uns gibt es heute fettig Sandkuchen. Nein, nein, ich habe schon einen Schatz. Und wir essen das jetzt. Audet schläft noch. Aber für den lassen wir natürlich auch was übrig. So, ich bin jetzt bei meiner Mama. Ich habe mich gerade fertig gemacht. Ich habe die Wäsche schon eingeschmissen. Sie hat mir durch nach draußen Wäsche. Und ja, jetzt gehen wir kurz einkaufen. Weil ich brauche noch ein paar Sachen für Kumpel. Die Kinder haben sich ja Kumpel gewünscht. Und sonst brauchen die halt noch Tomaten, Gurken und sowas. Das hole ich jetzt kurz mit Nina. Und dann hört Audet die jetzt gleich auch abholen. Ja. Und dann bin ich mal gespannt. Hier ist es in der Türkei so. Okay, lasst es an. So, hier sind wir jetzt zu Hause. Ich bin kaputt. Ich kriege so schwer Luft. Obwohl ich noch ein paar Sachen gekauft habe. Und die nicht mal getragen habe. Das ist so fürchterlich. Fürchterlich, fürchterlich. Ich wollte euch mal kurz zeigen, was ich holt habe. Damit der Vlog nicht allzu langweilig wird. So. Und zwar habe ich einmal Brot gekauft. Für Morgenfühl. Dann Pomaten. Dann einmal diese dicken Dinger. Zwei Packungen. Also hier ist noch eine Packung. Dann Morgens. Zweimal Raspeltengouda. Dann dreimal Kräuterquark. Also das ist ein Küchschrank, das hätte ich von zu Hause mitgebracht. Dann einmal Eier. Dann habe ich mitgenommen drei Auberginen. Eine Gurke. Kartoffelsalat für unseren Kumpir. Und hier 40 Stück. Und das ist mit Berlin. Das ist schon. Dann hier nochmal. Das war es auch. Ne, habe ich nicht geholt. Ich denke, meine Mama geht eh später nochmal einkaufen. Und halbster Samstag, da wird eh alles nochmal runtergesetzt. Ja, ich freue mich das jetzt alles ein. In welchen läuft man aus? Dann muss ich die nicht aufhören. Ich weiß nicht, wann ich mit dem Kumpir anfangen muss. Weil Mama hat natürlich einen anderen Ofen gut meinen. Dann geht das ratz-ratz. Und deine Mutti weiß ich nicht. Uh, scheiße. Ja. Egal, ich fühle jetzt erstmal hier den Kühlschrank auf. Der ist nämlich total leer. Und dann... Was ist denn, Schatz? Ja. Nein, das kommt nicht an deinen Korb. Ich passe das auch hin. Leute, schaut mal, das ist nur ein Teil der Sachen, die Mama mit aus der Türkei gebracht hat. Der Rest ist noch im Auto bei uns. Nina, nein. Hol die Sachen nicht raus jetzt. Ja, und das Essen ist auch fertig. Wir warten nur noch. Ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Moment, ich muss ganz, ganz was lächeln. Ich habe nur noch 10 Minuten. Speicher. Da bin ich wieder. Und zwar ist meine Mama jetzt zurückgekommen. Und... Wie heißt das? Mama halt viel zu tun hatte. Ich habe heute Morgen gebügelt und so. Und die hatten bestimmt 2, 3 Koffer zum Bügeln. Ich habe dann ihr geholfen. Ich wollte euch mal kurz zeigen, was sie uns mitgebracht hat. Also zum einen einmal dieses Oberteil. Das ist auch von LCY-Kiki. Und das ist so ein Schwangerschaftsoberteil. Ich habe auch gerade Wäsche reingebracht von draußen. Das heißt, momentan ist alles gemischt. Outerdat einmal das bekommen. So ein Nike-T-Shirt. Von einem Nike-Store. Mama meinte extra das Original Outerdat. Extra mit dem Tisch. Dann habe ich diese Hose bekommen. Die kann ich dann anziehen, wenn ich nicht mehr schwanger bin. Und noch dieses Oberteil. Da ist auch noch das Etikett dran. Das muss ich alles waschen. So, dann habe ich diese Ohrringe bekommen. Sieht man die? Die hier. Und die hat meine Mama auch. Lena auch. Und ich auch. Das ist ein Real-Partner-Look. Dann hat meine Mutti frischen Ingen mitgebracht. Ach, das sind frischen, sag ich, getrocknete Feigen. Dann hat Lena... Leute, die Wohnung sieht aus wie Sau. Ich muss wieder putzen. Lena hat einmal das bekommen. So einen Teppich. Dann einmal Haselnüsse und einmal ein Kilo... Wie heißt das? Sonnenblumenkerne hat meine Oma und mein Opa geschickt. Mit denen habe ich heute auch telefoniert. Per WhatsApp. Mein Opa hat jetzt endlich WhatsApp gekennzeichnet. Face-to-face reden. Heute gab es übrigens bei uns Kartoffelauflauf. Wir haben gerade gegessen. Auch das ist kurz mit der Kleinen. Beim... Ich kriege so schwer Luft nach dem Essen. Jetzt ist es nur kurz bei der Tankstelle. Ich habe dem gesagt, der soll mir für morgen einen kalten Kaffee mitbringen. Ich habe euch noch was vergessen zu zeigen. Aber wo habe ich das... Ach so. Das hat meine Mama auch mitgebracht. Das hatten wir ja auch mitgebracht. Das ist aber natürlich schon längst leer. Dann hat meine Mama noch Pistazien mitgebracht. Die habe ich jetzt schon weggepackt nach oben. Und Lena hat zwei Kleine bekommen. Einmal das. Jetzt noch die Bälle. Die muss ich... Oh, das muss ich waschen. Die hatte das gestern direkt an. Ihr kennt ihr Kinder, ne? Ich habe eine Kette bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die ist, weil die ist abgegangen. Ich weiß, das interessiert euch immer total, was man bekommt. Also einfach eine Kette, wo ML draufsteht. Von Hakan. Und dann hat Aude noch einen Schlüsselanhänger bekommen. Da steht Aude Saeed. Der hat auch noch ein Feuerzeug bekommen mit seinem Ramm. Aber das haben wir nicht gefunden. Und zum Schluss... Ach, ich kann nicht mehr. Hat Lena noch dieses schulterfreie Kleid bekommen. Richtig schön. Das hatte sie auch gestern an. Ich habe es aber jetzt versteckt. Damit sie das nicht wieder anziehen will. Und jetzt muss ich Staub saugen. Später gucken wir einen Film mit Aude. Und wir hatten 2015, da habe ich noch kein YouTube gemacht. Ach nee, 2014. Ein Flüchtlingsjungen bei uns hier in der Wohnung. Der ist aus dem Irak gekommen. Der hat einen Monat bei uns gewohnt. Und ich habe euch das gar nicht erzählt, ne? Ja, der hat einen Monat bei uns gewohnt damals. Das war im Dezember. Da habe ich auch noch gearbeitet und so. Also ganz normal, der hat dann bei uns gewohnt. Der, Leute, der kann so gut kochen. Der kann, also Haushalt tipptopp. Also jedes Mal, wenn wir nach Hause gekommen sind, sah die Wohnung so wie geleckt aus. Der ist wirklich, in der Hinsicht ist der wie eine Frau echt. Also der ist so sauber, kann so gut kochen. Und wir haben halt mit meiner Schwiegermama telefoniert. Aude hat Lust auf Dolma. Aber die ist kurdisch und die kann das nicht. Und wir wollten an Beidem zu Schielerns Nummer. Ich weiß nicht, warum wir nicht gegangen sind. Ich glaube, die hatten keine Zeit. Ich weiß gar nicht. Und ja, Aude hat dann angerufen und meinte, der wohnt übrigens jetzt bei einem Arzt. Ein Arzt hat ihn aufgenommen. Voll nett. Der ist aber auch krank. Ja, der hat damals auf jeden Fall Asyl beantragt. Ja, und der kann sehr gut kochen. Und Aude meinte, kommst du Dienstag zu uns, dann kannst du ein paar Tage bei uns schlafen. Dann kannst du Schöfte machen. Köfte ist das, glaube ich, bei denen. Und Dolma. Und ich meinte, wie? Kann der Dolma, meinte er. Der kann das sehr, sehr gut. Und meine Schwiegermama meinte, ja, geh zu denen. Meine Schwiegertochter ist schwanger. Wenn sie Lust drauf hat, dann macht das. Aber Hauptsache auch, der hat Lust. Der nutzt mich natürlich aus, ne? Ja, ansonsten freue ich mich auf jeden Fall, dass er kommt. Wir haben uns auch lange nicht gesehen. Ich glaube, das letzte Mal, da war ich noch schwanger. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass er hierbleiben kann. Der kann auch sehr gut schon Deutsch sprechen. Und, ja, ich finde Leute, die sich wirklich in Deutschland anstrengen und Asyl bewerben, also die was wirklich erreichen wollen, die die Sprache lernen und nicht nur das zu Hause rumzuhren und nichts tun, denen sollte man wirklich hier eine Chance geben. Ich finde, manchmal schicken die wirklich die falschen Personen weg und behalten die falschen Personen. Aber das kann man halt auch manchmal nicht gut einschätzen, finde ich. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir freuen uns auf ihn und ich muss jetzt sauber machen. Auch der ist ja eh zu Hause, deswegen kann er mir helfen, die Tage auch. Der kommt nämlich Dienstag. Morgen müssen wir die Ferienwohnung übergeben. Und morgen habe ich meinen ersten ZTG bei der kleinen hier, bei der Dame. Um 15.15 Uhr. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Ja, sonst nehmen wir euch ein bisschen mit. Und ich weiß nicht, wie lange der Vlog geht. Ich will auch mit Outline-Video drehen, habe ich euch gesagt. Aber den haben wir immer noch nicht gedreht. Obwohl er jetzt zu Hause ist. Naja. Bis gleich. Ich muss jetzt stoppsorgen, bevor die zwei kommen.